Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem ganz kurzen kleinen Video. Eigentlich sollte heute eine ganz normale Folge Minecraft alone kommen, die sollte auch schon gestern kommen. Allerdings war gestern der Livestream dazwischen und deswegen habe ich die Folge nicht mehr geschafft ganz hoch zu laden. Die Folge wird aber heute auch nicht kommen aus einem ganz bestimmten Grund. In der Folge geht es eigentlich nur um ein Thema und ich habe mir gedacht, bevor ich da jetzt ein 20 Minuten Video drüber mache, mache ich einfach ein ganz kurzes Video, um euch das besser zu erklären. Dann ist die Aufmerksamkeitsspanne vielleicht auch ein bisschen größer. Und zwar geht es generell darum, wer mich auf Twitter verfolgt, hat das schon gesehen, wie lange soll Minecraft alone überhaupt noch gehen. Es war ja in letzter Zeit so, dass es immer wieder Serverprobleme gegeben hat und ich mir nicht sicher war, mache ich alone überhaupt noch weiter oder nicht. Denn für mich persönlich ist das Projekt mittlerweile schon ein bisschen länger zu Ende. Nachdem wir den Reaktor fertig hatten, war das Projekt für mich so gesehen schon zu Ende. Und der Rest war eigentlich nur, um das für euch noch weiterzumachen. Allerdings habe ich auf Twitter letztens eine Umfrage gemacht, ob denn alone mittlerweile schon vielleicht ein bisschen ausgelutscht ist. Und die Mehrheit von 500 Stimmen waren für 70, also 70 Prozent von 500 Stimmen haben für Ja gestimmt. Und da kann ich nur sagen, genau so geht es mir auch. Und deswegen, da nicht jeder twittert und nicht jeder mich da verfolgt, habe ich mir gedacht, mache ich dieses Video. Und wir können einfach jetzt mal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise in die Beschreibung gucken. In der Videobeschreibung gibt es einen Link zu StrawPoll, da könnt ihr abstimmen. Ja oder nein? Und dann wird es, denke ich mal, morgen noch ein letztes Video geben, wo wir nochmal genauer drüber reden über Loan. Und das Projekt, das Loan dann ablöst, wäre entweder Minecraft Resonant Rise oder Craft Attack 3. Allerdings weiß ich da noch nicht sicher, ob ich dabei bin. Und Resonant Rise wäre dann eben so ein Halb-Halb, so ähnlich wie Peter das macht. Das heißt, eigentlich ist Resonant Rise bei mir ein Stream-Projekt. Und auf YouTube wird es dann eben grundsätzlich die interessanten Aufgaben geben. Das heißt, der Großteil wird im Stream passieren und wir machen dann sowas wie Technik im E-Stream aufbauen, etc. pp. Und vielleicht auch mal eine Folge mit Peter oder so, wenn er da Lust drauf hat. Werden wir sehen. Allerdings soll es nicht so weit weitergehen. Ich habe Essen auf dem Herd und das verbrennt gleich und das wäre nicht so cool. Deswegen stimmt einfach ab und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Also oder rein? Habt noch einen schönen Abend. Heute Abend gibt es übrigens noch einen Livestream um 18.30 Uhr so ungefähr. Ja, allerdings kein Minecraft, sondern The Binding of Isaac. Also wer da Lust zeigt, kann gerne vorbeigucken. Aber für jetzt war es das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!